Wenn man sich jetzt so die ersten Male mit planaren Kurven beschäftigt, dann kommt man auch nicht darum herum, sich einmal Gedanken zu machen, wie denn der Zusammenhang zwischen solch einer planaren Kurve und den Funktionsgrafen ist. Das heißt von diesen Funktionsästen, die man schon die ganze Zeit in der Schule gezeichnet hat. Man muss jetzt dazu sagen, dass es wirklich nichts Kompliziertes oder Schwieriges, was ich euch jetzt in den nächsten paar Minuten vermitteln möchte. Das ist jetzt wirklich nur, nennt es ein gemeinsames Gedankensortieren und einmal kurz darüber gesprochen haben, was jetzt was ist und wo genau der Unterschied ist. Was möchte ich euch jetzt aber tatsächlich sagen? Naja, nehmt euch jetzt zum Beispiel mal irgendwie so eine Funktion her. Nennen wir sie f von x und lasst f von x jetzt einfach mal x² sein. Wenn wir jetzt in der Schule irgendwie einen Funktionsgrafen für diese Funktion gezeichnet haben, dann sah der hier irgendwie so im Koordinatensystem so aus. Nicht wahr? Das hier ist irgendwie jetzt diese Funktion f von x im Koordinatensystem. Wenn man dann irgendwann aber von der Schule an die Uni gekommen ist, dann trifft man auf ein Problem. Und zwar handelt es sich ja jetzt hier um den R2. Das bedeutet, wir haben jetzt hier irgendwie eine Kurve im R2 gezeichnet. Aber hier, dieses x², das ist ganz eindeutig eine reelle Zahl. Das heißt, diese Funktion f, die bildet gar nicht auf den R2 ab. Genauer gesagt, bildet diese Funktion f von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen ab. Das heißt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal auf den reellen Zahlen die 0 habe, dann wird die hier auf die 0 abgebildet. Und irgendwelche anderen Zahlen, die werden halt auch auf die reelle Achse abgebildet. Das, was ich jetzt hier links gezeichnet habe, das ist das, was diese Funktion f eigentlich macht. Eine Abbildung von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Dennoch visualisiert man solch eine Funktion f jetzt genauso, wie ich es auf der rechten Seite getan habe. Ich glaube, man kann auch relativ gut sehen, warum das sinnvoll ist, die so zu visualisieren. Wenn wir die ganze Zeit solche Pfeile von einer reellen Achse auf die andere reelle Achse zeichnen würden, da kann doch kein Mensch irgendwie erkennen, was für eine Eigenschaft diese Funktion jetzt hat. Aber trotz dieser komfortablen Eigenschaft, dass man jetzt rechts wunderbar erkennen kann, welche Eigenschaften solch eine Funktion hat, müssen wir uns doch vielleicht im Kopf jetzt noch behalten, dass wir doch irgendwas anderes dort gezeichnet haben, als vielleicht die Funktion selber. Immerhin haben wir ja irgendwie mit einem reellen Parameter x gestartet. Nicht wahr? Irgendwie x hier aus den reellen Zahlen, aus der reellen Achse und haben das irgendwie hier auf ein Objekt im R2 abgebildet. Lasst uns jetzt aber nicht lange um die Begriffe drumherum reden. Das, was auf der linken Seite jetzt hier gezeichnet wurde, oder besser gesagt, das, was ich versucht habe zu visualisieren, ist die Funktion an sich, die Funktion f selber. Und das, was jetzt auf der rechten Seite genutzt wird, um sich diese Funktion besser darzustellen oder besser vorstellen zu können, ist der Funktionsgraf, also der Graph dieser Funktion. Wenn wir das jetzt ganz formal machen wollen, dann ist der Funktionsgraf von solch einer Funktion erstmal definiert als alle Elemente aus dem R2, das heißt alle zwei Tupel, die diese Form x und f von x haben. Das sind Elemente aus dem R2 mit x aus den reellen Zahlen. Das hier ist also der Graph einer Funktion und genau das ist das, was wir hier in dem Bildchen auf der rechten Seite im R2 gezeichnet haben. Der Graph einer Funktion, das heißt diese Menge, die ich hier eben gerade eingekesselt habe, ist jetzt übrigens auch nichts anderes als eine planare Kurve. Ja, wir können diese Menge, diesen Graph einer Funktion als planare Kurve auffassen und als planare Kurve können wir diese Menge natürlich auch parametrisieren. Ja, es gibt also eine Abbildung Gamma, die von den reellen Zahlen in dem R2 abbildet und die sich so ein x nimmt und auf das Tupel x f von x abbildet. Das heißt, das hier, dieses Gamma hier, das ist eine Parametrisierung von diesem Funktionsgrafen. Ich zeichne das Gamma jetzt einmal kurz hier oben noch in die Skizze mit ein. Das hier ist genau diese Abbildung, die von den reellen Zahlen in den R2 abbildet. Noch eine kurze Anmerkung hier zum Schluss. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit an dieser und dieser Stelle hier mit Zeilenvektoren gearbeitet. Natürlich könnte man auch genauso jetzt hier jeweils Spaltenvektoren schreiben. Ich finde aber, in der Literatur findet man häufiger diesen Graphen einer Funktion mit Zeilenvektoren definiert. Und aus dem Grund habe ich das Ganze jetzt auch einmal so übernommen. Also nochmal kurz zusammengefasst, das, was euch eure Mathelehrer immer als Funktion verkauft haben, ist eigentlich nichts anderes als der Graph einer Funktion. Zu jeder Funktion lässt sich ein Funktionsgraf oder mit anderen Worten eine planare Kurve finden. Andersrum ist das jedoch nicht der Fall. Wenn ich eine planare Kurve im R2 gegeben habe, ist das nicht automatisch schon der Graph einer Funktion. Denkt zum Beispiel einfach mal an die Parametrisierung des Kreises. Das ist niemals der Graph von irgendeiner Funktion. Sonst müsste eine Funktion ja auf zwei Werte abbilden können und naja, das tut sie nicht. Was jetzt noch zum Ende dieses Videos folgt, hat eigentlich nichts mehr mit den Funktionen zu tun, die von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen abbilden und auch nichts mehr mit planaren Kurven. Ich möchte euch nur noch einmal mitgeben, dass man das Konzept von dem Graphen einer Funktion auch noch irgendwie verallgemeinern kann. Schaut euch dazu jetzt einmal die Funktion f an, die jetzt vom R² in die reellen Zahlen abbildet und dabei jedes Tuple xy hier auf den reellen Wert x²y abbildet. Ich maße mir jetzt nicht selber an, dass ich irgendwie diese Funktion zeichnen könnte. Ich kann einfach nicht dreidimensional so gut zeichnen. Deshalb habe ich das Ganze einmal dem Computerprogramm überlassen. Hier haben wir so einen Plot von dieser Funktion bzw. vom Funktionsgrafen. Genauer gesagt, wir wissen ja jetzt, was der Unterschied ist. Hier haben wir die xy-Ebene, das heißt die Ebene, aus der jetzt das x und das y, dieser xy-Vektor, stammen. Und wir bilden jetzt also in die dritte Dimension, in die z-Dimension ab, um dann quasi den reellen Wert x²y irgendwie darzustellen in Form von solch einem Graphen, das heißt in Form von solch einer gebogenen, geschwungenen Ebene. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss doch auch nicht, diesem Video jetzt noch ein Gefällt mir darzulassen und wenn du weitere Videos dieser Art sehen möchtest, dann lass doch bitte auch meinem Kanal noch ein Aberdemont da.